und damit willkommen zu einer neuen folge von mario kart 8 deluxe online da schon dieser komische grünling da auf der erdkugel da ist ein grünling ein komplett grüner grüner hallo namen bist jetzt der retro ersatz seit dem retro nicht mehr am start ist schon am samstag im stream dabei und wir nehmen mal eine runde joshital außer namen der nimmt zufall auch das übliche ja und die beiden die beiden da ja heute geht es wieder los hier das erste mal mario kart online am mittwoch beziehungsweise seit lange mal wieder am mittwoch war ich kann mich erinnern damals die ersten parts habe ich auch immer mittwochs rausgebracht ja dann wollen wir mal hier loslegen und punkte fahren wir haben ein paar punkte am samstag glaube bekommen ich habe da er weniger drauf geachtet weil wir eigentlich die ganze zeit nur gequatscht haben ja und dann gucken wir mal was hier raus wird ja wie schon gesagt der retro ist nicht am start da ja sagen wir es mal so erwartet nicht dass er jetzt so den nächsten da ist ich habe nicht so das gefühl dass er jetzt mal da ist oder so da ja ja was machst du da peach mensch 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 aber wir haben ja namen anders an unserer seite johann namen ist einfach hier der der lustige typ von nebenan so gesehen ich hab's dann ja das stimmt richtig nam und ich haben auch gegen geschlossen bedeutet so schnell welchen namen nicht mal angreifen es sein ist passiert weil aus gewohnheit das kann passieren ist mir im stream passiert ja ein paar mal bei mir auch ein wenig aber ja wir haben derzeit noch so im blut drin das muss erst mal es muss erst mal ja vergehen wir müssen eine lange zeit machen Kopp wieder spielen und so uns angewöhnt jetzt war ja sowieso eine Pause weil wir letzte Woche Stattel Stattel hatten ist und kommt wieder Mario Kart und übernächste Woche dann wie das Platt tun ist der Plan ich habe ein Plan ich habe ein starkes bist du da auch so ich habe die Berupte am zu so bin haben Prozent die Frau das war das und bei ihm aber ich kann er noch nie ich werde zu vernehmen überholt ja gut es gibt es besser als es muss man positiv sehen ein Gott mit so ist auch schön dann mal hier vorbei er hat aber auch weg von den Sternen die Sterne sind zu wir müssen zu reden das war man nicht so einen einzigen Pilz sich den aufnehmen in dem ich nicht auf nur die kann ich auch nicht aufgeben in der Produkte vorwenden wollen weiß ja nie denn der letzte Mario Kart Folge haben wir über die Änderungen gesprochen am Sendeplan und ja das ist jetzt nur zwei Wochen wieder her wie schnell die Zeit vergeht so hier einfach mal die Pilze einsetzen dann kann ich hier nochmal ein paar Plätze gut machen und zwar bin ich vierter, sehr schön so soll es sein ich bin Dorotoro plus drei Punkte sehr wenig auf die Qual passiert mal gucken ob heute jemand hinterher springt denn heute nehmen wir mal zu einer anderen Uhrzeit auf habe ich mal extra zu gesehen gemacht weil ich mal in den Discord gefragt habe hey was woran liegst denn das jetzt kaum noch einer mitfährt und da hatte ich auch einfach mal gefragt ob 13 Uhr sonntags mal gute Zeit ist wurde gesagt nee mach lieber 15 Uhr und so weiter und so fort und daher mal gucken ob jetzt jemand hinterher springt es wäre sehr schön wenn jetzt keiner hinterher springt in dieser Runde dann würde ich wahrscheinlich ab nächster Woche wieder 13 Uhr machen weil für mich ist es halt dann 13 Uhr bisschen besser als 15 Uhr dementsprechend ja auch wenn es eh nix bringt was soll ich denn da jetzt dann eine andere Uhrzeit nehmen so dort Autobahn da war man mal den ersten Platz kriegen das wird sehr schön Mali Bob Mali oder wer und ich fahre schön am Item vorbei Niri Mali sah auch anders aus Miri Troje Fahre wird der Alten Richtig Oh nein Ohohoho Das war sehr knapp Du hast mir die Kurve weggenommen Ich hab dir die Kurve weggenommen Wie soll ich dir die Kurve wegnehmen? Ja nicht die Kurve aber meinen Weg sozusagen Deinen Weg hab ich weggenommen? Noch schlimmer Steht da dein Name drauf? Ja Wow Ja natürlich Ah Nein Das war meine eigene Grüne Tschüss Anderer Yoshi Ja natürlich Ja so toll Die Eine Grüne nach der anderen So soll es sein Und ich treffe natürlich keinen mit der Grünen Ist doch klar Hier ist Platoon 2 Hallo Namen Ja irgendwie werde ich auch von Grün getroffen Unglaublich Ah jetzt fahre ich noch gegen das Auto Ey Das ist doch Das ist ja eine Katastrophenrunde hier Ja Haben wir jetzt noch ein gutes Item Danke Und ich fahre gegen das Auto Ja natürlich Ja es ist Schrott Ah es ist Schrott hier Ja Mann Minus 21 Punkte Auf Gut schon weh Ja Das war eine belastende Runde Aber wir haben jetzt das Animal Crossing Dorf aber im Sommer Ja schade Hätten gerne mal den Winter gehabt Richtig Weil ja auch momentan Winter ist Heute hat es mal wieder geschneit Generell ich finde es schön Das ist in diesem Winter mal wieder häufiger schneit Bei dir schneit es Vorher hat es zumindest geschneit als ich kurz zuhause war Okay Aber nicht dolle Aber es hat geschneit immerhin In den letzten Jahren war ja mit Schnee dann eher weniger was Aber dieses Jahr Wir hatten schon schön Schnee Ja irgendwie Dann die Jahre Ich sage es mal so Da gibt es kaum Schnee Ich gefühlt Ja Klimawandel Ja So Erster Platz Oh oh Ja nur kurz Oder doch Nein Nein Die haben uns beide hier gehen Ich glaube hier drauf kann das sein Nein Also ich meinte mit Winston Ich meine ich und Winston Achso Oh schöner Treffer Marley Schöner Treffer Hast du gut gemacht So lass mir ein paar Items übrig Oh geil Ich hab erst gemarge gekauft Yeah Item Nein Lass diesen Spruch Lass diesen Spruch Sorry Ich bin Ich bin Weil ich gerade kennen bekommen habe Oh Was ist denn Sag immer nichts Sag immer nichts Ah ich will Nach vorne aber Ich komme nicht nach vorne Ja jetzt kommt doch zum Bummerang an Ist doch klar Hier von dir da Hab ich dich Oh zwei Äpfel Wie Bamba Oh je 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 das hat mich Oh reiner aus dem Konzept gebracht Aber nochmal ist gut gegangen Komm Stachy Ja genau Stachy Machst du gut Und Bombe Oh wow Oh die Pianoplatte hat mich Unglück nicht bekommen Letzte Runde Und jetzt bin ich fünfter Was verändert Ist eben zweiter gewesen Ah jetzt brauche ich noch ein gutes Item Pilze Ja genau Oh geil Komm komm Zweiter Zweiter Das ist mein zweiter Platz Man Ich bin vier noch Negal Und dann diese Musik Die triggert mich auch jedes Mal Sieh 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 Auf dem Berg Das ist mal eine schöne Winterstrecke Das passt momentan Das passt wunderbar Da fühlt man sich gleich wie zu Hause Wenn man sich die Berge wegbringt Ja natürlich Dring mich hier ab Neunter Platz So soll es sein Nicht Achter auch nicht bitte Acht minus sieben Das wäre ganz gut Könnt mich mal Ja natürlich Trifft mich da eine Grüne Na klar doch Und ich treffe keinen mit meinen Grünen Oder vielleicht doch Ne Doch Den einen habe ich da wenigstens bekommen Immerhin Die Grünen mögen mich heute Definitiv Aber warum Ich habe denen noch nichts getan Vielleicht war es das Problem Keine Ahnung So rampt mich doch mal alle Rammt mich doch mal Keiner Lust mich zu rammen Doch du da Ich Ach das bist du Ja Ich habe nur einen fachen Yoshi gesehen Der schwarz war Und Ja Ich konnte nicht sehen Mein Name wollen mir nicht angezeigt Aber okay Das kann ja passieren Aber ich bin schon mal dritter Es ist doch schon mal besser 6 Zweiter Andere Yoshi hinter mir Amali hat da eine rote Das gefällt mir nicht Ich kann Amali nicht vorbei Oh Stoffi Sehr schön Sehr sehr schön Tschüss Marley Jetzt darf nichts schief gehen Jetzt darf nichts schief gehen Jetzt darf nichts schief gehen Er hat nur ne Minze Er hat nur ne Minze Jetzt muss ich gut fahren Und hier rüber Und Komm 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 Nicht die Grünen Nicht die Grünen Wir haben es Oh man Und wo bist du Fünfter Ah Interessant So los geht's hier Let's go Die F0 strecke Genau Eigentlich wollte ich Komo weiter Namen wollte Natürlich mal wieder Zufall Wie man es ja nicht anders Von ihm kennt So Gib mir noch ein paar Minzen Danke 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 So 10 Minzen Los geht's Ja Drängt mich doch von den Beschleunigungsstreifen ab Ist doch klar So ich brauch Nein Danke Ein einziger Pils Natürlich So Zack Zweiter Platz Name ist der erste Aber nicht mehr lange Weil ich ihn jetzt überhole Und ins Haus Malerwegen Scheiß Windschatten Oh man Das war ein misslugender Versuch Was machst du jetzt hier hinten Ja heute wurde getroffen Ach so wurde getroffen Ach so Eine rote für mich Und lauter Feuerbälle Wovon mich keiner trifft Auch der Stern trifft mich nicht Immerhin etwas Glück jetzt hier Immerhin etwas Oh man Oh man Da geht der Punk ab Der Punk geht ab Das ist doch schön So Es ist noch ein paar Leitungen Für mich Danke sehr Ja guck mal Eine rote ist schon mal Für den Player War das klug War das klug Ja es war noch Ja rote für mich Kann ich gleich den Pils einsetzen Zum Böschen Leuny Oh drei rote Ey Oh Gott ich bin zwölfter Wer hat mir nicht laut Kein Hinten am Bär Was du bist zwölfter? Ja nicht mehr Aber Voll What Witt ihr? Geil Ich kann halt von irgendwelchen Dingen getroffen Von irgendwelchen Dingen was du getroffen Und ich bekomme keine Items mal wieder Jedes Mal das Blech Ah Ey das war mein Doppel-Item Aber ich hab Marley drauf Sehr schön Oh Vorsicht Ich hab mich sehr Du brauchst nicht so hoch sprechen Nein Was ranzst du mich? Ja ich merke schon Dass ich kein Dings jetzt weggenommen habe Aber ich wollte nicht Ich bin extra nach rechts Dings Gefahren Ah Warte oh man Warte welches aufs 5er Oh immerhin Ja Hatte noch 3 Pilze Da ja ging es noch Ok Ah Wenn einer mit am Start ist Wer ist es dann? Natürlich der Fan Willkommen in der Runde Ja und Ja dann waren wir mal Yosital war ein Zufall Alle wollten Polarkreisparcours Außer ich, ich wollte Schiebstrand Und wir kriegen ja Schiebstrand Mal wieder Ja Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt so hinkriegen Ne, Bananen mal hinlegen Und da fahren sie weg Ein einsamer Shy Guy fährt einen anderen Weg lang So, setzen wir mal die Papelze ein Und Splatoon 2 zu überholen Splatoon 2 ist heute nämlich nicht dran Ist erst in zwei Wochen dran Beziehungsweise Vielleicht am Wochenende Wenn ihr den Part seht Dann läuft noch Auf Discord eine Umfrage Bezüglich Stream am Samstag Welche Spielwerte zocken wollen Das läuft von Montag bis Freitag Diese Umfrage Bedeutet Ja, wenn ihr auf Discord seid Könnt ihr da gerne abstimmen Wenn ihr keinen Discord habt oder so Dann könnt ihr auch euren Wunsch gerne in die Kommentare schreiben Das ist auch kein Problem Ja, zur Auswahl stehen halt verschiedene Spiele So wie Luigi's Mansion 3 Mario Kart 8 Devils Splatoon 2 Super Smash Bros Ultimate Super Mario Bros 35 Mario Kart Wii ZGP Und ich weiß nicht, ob ich alle genannt habe Ob es dann noch mehr zur Auswahl gibt Ich weiß es nicht Vielleicht ein paar neue Weitere Ja, genau Denn, ja, ich dachte mir mal Ihr entscheidet mal was wir zocken Das, was am meisten Brot kriegt Ja, das Spiel mal dann Wenn auch ein Spiel 2 Gleiche Worts hat, na gut, dann entscheide ich, welches Spiel wir von den beiden Spielen Und dann müssen wir noch gucken, was wir mit dem anderen Spiel machen, ob wir es dann noch die Woche zocken oder so, keine Ahnung So, dann machen wir mal ja den Winston-Darm ist noch überholen, das wäre doch eigentlich ganz gut Ja, diese Banane, oh! Das war meine Banane Ja, aber, ne, die haben wir noch die Die haben wollen Ja, ja Habt ihr mich in dem Moment, nein, ne, 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 schaut, als du getrunken wurdest Ja, Robin, das kommt noch ein Bild mit dem Bild Ich hab zwei Rote, die sind, die sind, die sind, die sind, die sind Ich hab zwei Rote, die sind, die sind, die sind Und noch ein Shop von Norden Komm, Winzen, Winzen, Winzen Und Schuss mit dir, Schuss mit dir, ich bin im Ziel, ich bin im Ziel, ich bin im Ziel, ich bin im Ziel, danke Danke, zwei Rote Das hat die Zeit, wir können noch bauen Plus 18 Punkte, sehr, sehr schön Sind wir, glaube ich, wieder ein Plus Von der einen Joschi-Strecke zur anderen Joschi-Strecke Ja, da kann ich Und dem sieht man Joschis Eier Und steht dort Ja, ich wollte Ja, zu dem Und ich mach einen Fehlstart Juhu Ey, hab ich mit Absicht gemacht, aber nicht ein Pilz-Kio Ich dachte, du willst den Gegnern auch mal die Chance geben Nein, dann nicht ein Pilz-Kio, damit ich hier abkürzen kann Ganz schlau von mir Ah, Ico Ja, natürlich Ist alles beim Plan hier alles Von wegen, ach, Fehlstart So, tschüss mit dir Ja, komm Schade Jetzt hat er eine Banane, ich kann das nicht so schön Ach, schieß ich ab Feuerblume, na los geht's, los geht's Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Das ist ein Pilz Ich hatte drei Pilze Ach so Rosalina, dies da hinten davon Ich hab ihn da hinten, ich hab ihn da hinten, ich müssen Oh, ich hab drei rote, weg da, weg da Ja, ich kann ja nicht weg hier Player muss man weg So, tschüss Ah Meine roten Winkel Ja, und dann kommt ein Stern an Beatrice So, hier mal ein bisschen ab Obwohl den ein Pilz hätte ich aufheben können Ja, vielleicht krieg ich noch mal ein Pilz Wär doch freundlich, das wär sehr froh Ja, natürlich nicht Natürlich krieg ich kein Pilz Ich fahr auf Finns Binane Binane Hm Keine Banane mehr, sondern Binane Die neue Bananensorte Oh, Pilze sehr schön Setz ich direkt da mal ein Ah, nein, dich wollte ich jetzt nicht treffen Ach, ich hab ihn nicht getroffen, okay Das war nur ein Back Da hat's jemand anderes ihn jetzt getroffen Komm, noch ein schönes Item Ja, Pilz, das bringt mich auf einen zweiten Sehr schön Was, du bist weiter, ich seh dich nicht Oder bist du Geist? Ich bin Geist Ach, kein Wunder Der wenigstens fühlt sich jetzt bestimmt ordentlich verarscht Glaube ich Aber ich kenn dieses Gefühl Ja Das war gerade zu schön gerade Äh, drei richtig schöne Strecken Decay-Dschungel, Röhrenraserei und dann noch eine andere Und ich sag dir zu dem Namen Nimm kein Zufall Alle nehmen die Cache-Dschungel oder Zufall Und dann ist der einzige mit Röhrenraserei dadurch Und natürlich die Strecke kommt dann dran Wunderbar Wir danken dir Und er wollte natürlich zu vernehmen Aber ne, heute nicht Ich bin eine Dach, ja Ja Aber jetzt kam ja deine Auswahl dran Vielleicht komm ich noch mal dran Vielleicht So, findest ganz vorne Die Dame ist hinter mir Ja Nicht gegen die Wand fahrenden Ich hab irgendwie mit meiner Gülen getroffen Das ist doch schön Ich hab drei Grüne Ich bin gleich Erster Na Oh Ich hab gegen die Wand mit dir Ab gegen die Wand Ab gegen die Wand und schämlich Na Ja, ey, 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 ey Das eine rote Familie zerstört Oder Champ油 Und, jetzt hast du das gesehen Mit grünen rr, roten Das war meine rote, die ich auch zu sehen losgelassen against Aber als ich getroffen wurde Das�mess postüt an ihnen vorbei gegangen Ja, nein Ey, Zeugberg, was machst du hier left mit mir jetzt hätte ich aufnehmen müssen dann ist so schlau ob das und dann würde ich hätte ihn gleich benutzt feuerbälle nach hinten das schön wie wir drei hier vorne fahren die ganze Zeit wenn du dann für die Bombe nein 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 meine Pilzebomben geklaut ich habe jetzt nicht immer hat derjenige freut sich bestimmt eine Bombe packen wir mal hier hin und das war gerade richtig richtig knapp heie 8 Zollberg hat meine Pilze geklaut hat so ist es also oh nein blauer da und wir verfolgen ministen ja ich hab 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 ich habe ich hab ich hab was wer wurde jetzt hier derart ist jetzt noch überholen Da war jemand Geist. Ja, toll. Wer hat mir den Rot weggenommen? Wahrscheinlich ist es der Zeugberg. Nee, den habe ich ausgelöscht. Den habe ich im Flug getroffen. Okay. Muss wer anders sein. Ah, schade. Schade. Plus ein Punkt. Ja, dieser Raff. Aber GG an Finn für den ersten Platz. Eine Runde fahren wir noch. Genau. Spieglein, Spieglein an der Wand. Und wer ist der hässlichste im Land? Och, Nam. Dein Bild krieg ich hier. Ja, danke lieber Spiegel. Wer das jetzt auch nachgabt. Ja. Au. Letztendlich? Wie gesagt. Findest jetzt irgendwie nicht mehr am Start. Ah, das war das gerade. Und das ist gefallen, ja. Und dann bist du mit meiner Banane eingefallen. Ich habe nicht mal gesehen, dass du eine Banane hattest. So, nehmen wir mal ein paar Pilze hier. Genau. Die sind lecker. Und Nam kritisiert mich bei der Streckenhaus, weil ich da Marius Piste vom GBA nehme. So. Und Nam, was nimmt natürlich hier diese Regenbogenstrecke, die ist schon total overused ist. Ja, aber ich habe sie wie... Ich mag diese Regenbogenstrecke überhaupt nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr sehen. Oh, die ist doch toll. Ja, aber die gibt es im Aroca Team, die gibt es hier, die gibt es auf dem Gameboy, die gibt es auf dem SRN DS. Och, nee. Und die ist nicht mal irgendwie spektakulär oder so. Boah. Tschüss, Nam. Ja, das stimmt. Alter, es ist keine Kugel wie die Unstern. Ja, moin. Hast du ein Glück. Und ich kriege hier eine rote oder so. Und Bombe. Stell dir vor, die Regenbogenstrecke kommt nochmal in irgendeinem neuen Mario Kart. Boah, dann spiele ich nur Mario Kart wie Custom Tracks. Obwohl, da ist sie ja auch mit dabei. Nein. Ja, siehst du. Aber da ist die Chance geringer, dass man sie kriegt. Ja, okay. Aber was? Du kriegst cool, Willy. Stern. Ich kriege nur Pilze und Stern. Natürlich. Boah, ich bin runtergefallen. Ich beinahe auch. Nein, das... Oh, es hat gereicht. Aber ich war so überrascht, dass es gereicht hat, dass ich dann trotzdem runtergefallen bin. Oh, ich bin runtergefallen. Tschüss, Nam. Au. Sechster Platz. Nimm doch, aber nicht wahr. Wir verlieren beide jetzt den vierten Punkt. Oh, nee. Na, egal. Genau. Nächste Woche geht's dann weiter mit Mario Kart. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dahin. Und tschüss. Mach's gut. ut. Fahne. No. JENN Soul. Vielen Dank.